Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ich habe mal wieder Jugendfeuerwerk eingekauft für Silvester bei Jawohl. Fangen wir an. Die Event-Tour-Jouette von Leslie. Hatte ich schon mal, sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Bengal-Fakten. Das Ganze... Dreimal. Auch für unterm Jahr, sehr zu empfehlen, deswegen gleich dreimal mitgenommen. Machen wir weiter mit den Bengalos von Leslie bzw. Silvester-Zauber. Fünf Bengalos bunt gemischt in einer Packung. Hatte ich auch schon mal zum Preis auch nur echt zu empfehlen für 4,99 Euro. Das Ganze... Zweimal. Denn... Das Spinner-Pack von... Silvester-Zauber auch... Für 4,99 Euro. 40 Kaisel kann auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Kaisel haben will. Das Ganze... Zweimal. Ich habe auf jeden Fall auch gesagt, mehrmals mitgenommen, mit unterm Jahr noch Jugendfeuerwerk hat für einen billigen Preis. Hier nochmal ein paar weitere Impressionen, was wir im Jawohl für Jugendfeuerwerk hatten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ciao. Wir sind gewohnt, dass man uns nicht versteht. Meine Frau fragt sich, wenn ich nachts früh bin.